Ah doch, 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 da unten. Ich seh's, ich seh's. Ich fliege komplett in die falsche Richtung. Pass auf. Alter, ich geh jetzt ins Cockpit, da seh ich nix mehr. Bin ich hoch genug? Warte, wenn ich jetzt hier aussteig, fall ich dann auf den Flieger oder sitze ich dann unten bei euch? Steven, du bist ein Arsch. Wer ist grad rausgesprungen? Ich hab Steven jetzt echt geglaubt. Hey, wer ist rausgesprungen? Steven, du bist doch ein Arsch. Oh, scheiße. Äh, bei mir ist Gegner. Ich komme. Oh, scheiße, ich hab nur ein halbes Herz. Ich bin vom Baum gefallen, hab nur ein halbes Herz. Ich muss weg, ich muss weglaufen erst mal. Ich wurde getauscht hinter dir, ich bin da, ich bin da. Bist du da? Ja. Oh, perfekt. Warte, hier, Gold ab 5. Äh, Daniel. Ja. Come on. Da will ich... Nein, ich bin jetzt nicht runtergefallen. Oder halt in die Richtung, wo ich jetzt fliege. Ja. Leute, fährt einfach ein Zug drunter. Nein! Oh, scheiße. Bruder, flieg ins Strom. Was? Mann, soll ich mal lieber fliegen? Nein! Nein, oder? Daniel! Was? Oh, der ist runtergesprungen. Nein! Als ob der sich ihm was... LOL! Alter! Oh! Das war mit Abstand der krasseste Wind, den ich je hatte! Oh, scheiße! Muss los, Bruder! Oh nein, der ist oben drüber, der ist oben drüber. Steven! Ah! Schnell weg! Lass dich drauf, lass... Was ist das für ein Ding? Alter! Das ist ein schöner Roller. Fahr, 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 fahr! Alter, ist das Ding langsam? Ich drück auf Gas, hör die 500 PS... Ich drück auf Gas, hör die 500 PS... Fahren durch die Stadt, wie viel hat es sich in der Ass... Ja, das musst du ausgleichen, ey. Leute, wir haben alles auf mich drauf fallen, Aua! Ey, das ist doch unfair! Kann man echt Geld verdienen, so als... Oh, fuck! Sorry, du wurdest krank geswitcht. Da hab ich den Gegner getort. Bruder! Alter! Ey, ey, ich warte dich! Du hast doch gerade einen Giftdrang auf mich geworfen! Du willst Krieg, du kannst ihn haben! Das war ein Drang der Schnelligkeit. Achso, stimmt, ich hab Schnelligkeit. Junge! Ey! Haha, ich hab mir... Haha, aufbelassen! Ey, wirklich... Willkommen in der Leidzakur, freut mich mega, vielen Dank für ein Abo. Ein Herz, das sollte ein Herz werden, aber es ist irgendwie voll vergrüppelt geworden, ne? Du bist so... Ja, ich... Alter, Junge! Ach, das bist nicht mal du gewesen! Mach mal so, streck die Daumen runter! Daumen runter! Wieso kann ich das nicht da rein platzieren? Was ist das für eine Scheiße? Uff, uff, uff! Nicht gut, gar nicht gut! Achtung! Oh, 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 oh! Wird's was, wird's was, wird's was? Achtung! Oh, 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 oh! Oh, Mann! Ja, moin, jetzt hat er sich weggedinkstet! Und aufs Dach! Oh, scheiße! Nein! Okay! Oh, oh, oh! Nice! Ich hab's geschafft! Und ich komm nicht auf die Insel! Das bin ich! Ohne Witz! Ich seh doch genauso aus, guck! Oh, oh, schrei mir nicht so ins Ohr! Nice! Mal gucken, ob das geht! Wo ist es dein Handler? Ja, das Ding da hinten, wo man... Das siehst du auch auf der Karte! Das ist da, die sagen wir, der auf der Karte zu sehen! Da, wo wir die ganze Zeit davor sind, der orange Punkt! Die sind auch Drecksschuppen da! Boah, du hast wirklich den Brechel erwischt von allen! Oh! Und so, ich... Irgendwie hat's was! Der geht nicht auf! Junge! Ich hab's überlebt! Ja, ich auch! Aber ich brenne! Ich komm, ich stecke selber mal hier ein! Ja, ich verbrenne hier gerade und komm hier nicht weg! Also, ich bin hier! Und ihr doch? Soll ich noch eine Granate machen? Ja, das ist toll! Das ist toll! Alter, ich verrecke hier gerade! Jetzt gibt's eine Explosion! Bam! Ey, ich lieg hier noch! Ah, jetzt bin ich raus! Jetzt bin ich raus! Ah! Ich bin hier geflogen! Hey, lol! Das ist einfach ein neuesten Spot! Scheiße, hab ich viel los, Alter! Ey, Daniel! Jetzt ist mein Holz! Hahaha! Ja, das ist mein Holz jetzt! Junge! Alter! Alter, das war jetzt können, ohne Witz! Das war ein richtiges Können, ja! Oh, shit! Oh, scheiße! Jetzt sind meine Dias weg! Ich raste vollkommen aus, wirklich! Ich bin tot! Jetzt sind einfach meine Dias weg, Mann! Ist ja einfach! Das war's! Ich bin tot! Ist ja auch eine die herzДа Sham 난!